Lorenzo, die Eisbären hatten eine sehr gute 1. Halbzeit. Was ist heute in der 2. Halbzeit passiert? Ich glaube, es war ziemlich klar. In der 2. Halbzeit haben wir uns mit der Zonung und wir konnten es nicht herausfinden. Als sie ein paar Baskets bekommen haben, haben wir ein bisschen panikiert. Wir haben ein bisschen Zeit, aber das war das. Wir hatten nicht zu tun, der wir nicht zu tun hatten. Wir haben auf die Tempo geholfen, wie wir able to haben. Wir konnten nicht zu haben, das war das. Aber wir konnten uns nicht zu machen, aber wir konnten uns nicht zu machen. In der 2. Halbzeit, wir konnten uns nicht zu machen. Wir haben das alles auf uns gemacht. Wir mussten alles in der ersten Halbzeit kommen, mit der gleichen Intensität. Die gleichen Intensität haben wir zusammengearbeitet. Das ist eine Sache, die wir in der ersten Halbzeit gut gemacht haben. Wir haben das nicht in der zweiten Halbzeit gemacht. Und die Resultat hat gezeigt, das ist alles. Was sind die Dinge, die uns ein wenig Hoffnung geben, für die nächsten Malen? Ich glaube, es gibt Hoffnung. Wir haben in verschiedenen Momenten gezeigt, dass wir als Team spielen können. Wir sind gut für 40 Minuten. Wir haben das in Hagen gezeigt. Und auch in Braunschweig gezeigt. Ich glaube, es ist ein wenig Hoffnung. Aber ich denke, wir als Spieler, wir müssen uns verstehen, was wir müssen machen. Und wir müssen uns da und fighten für uns. Ich meine, an diesem Punkt in der Saison, es gibt vier oder fünf Teams, die wir in der Liga fighten. Und das ist nur die Möglichkeit, wir werden, ich glaube, es geht nicht über die Offense. Was Offense oder die Offense run, oder was Defense run, ist es über wie bad wir wollen. So, wir müssen uns aus den letzten sechs Gängen gehen, ich denke. Und einfach fight. Every possession. Ich denke, wir können es tun. Das ist gut. Das ist gut.